hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und heute ist mein wieder auf www.mais.net einfach mal hier kurz eingeblendet die server ip ja wir spielen einfach mal eine runde badwars ganz oft entspannt heute habe ich das schöne thema ich habe einen führerschein angefangen und ich hatte auch schon meine erste theorie stunde auf jeden fall wir gehen jetzt erstmal in die mitte und ich habe meinen führerschein ja angefangen ich mache den a1 das ist dieser 125 moped motorrad führerschein man darf halt dann 125 kubik fahren das ist eigentlich ziemlich schnell und viel kommt auch gerne auf meinen sucht ich habe auch meinen eigenen partner jetzt ja auf jeden fall ich werde wahrscheinlich dann auch irgendwie mal was verlosen über den partner und so also könnt ihr euch gerne mal anschauen auf jeden fall unten auch immer verlinkt also einfach mal in die video beschreibung gehen und dann ja mein partner mit dieser batterie also dort also das das zeichen in der video beschreibung mit der batterie da steht auch partner dran das halt mein partner könnt ihr auf den link drauf drücken ja ihr könnt auch natürlich gerne über meinen leben mod code einkaufen bekomme ich halt ein bisschen was ab und ich werde auch mal irgendwann was überleben hat verlosen die stars ananas jetzt holen wir uns den jetzt holen wir uns den dies Leute ich würde auch gerne mal youtube studio auf dem selber mal wieder machen ja auf jeden fall in der nächsten runde angekommen wir gehen das erstmal gleich zu dem gegner mein sucht update der die ganze ihre spielmodus sind extrem cool muss ich sagen feiert auf jeden fall der servat ist auf rage mode wieder oder hat lasst doch gerne alle ein abo da auf dem kanal würde mich auf jeden fall freuen ja jeden dienstag habe ich meine theorie stunden ja die jenen zwei stunden habe ich meine doppelstunde wenn ihr mehr infos zu meinen führerschein wollt könnt ihr auch gerne mal ein like darauf oder kommentar einfach mal ein bisschen schreiben würden wir unterstützen auch nur gold was nach so eine cringe map muss ist man schon rund umlegen dass jedes mal was das denn für eine map ist die map ich schon cringe leute das war es dann eigentlich auch also bei mainz gibt es echt eigentlich viele spielmodus könnte ich einfach mal gerne reinziehen ich finde den sehr extrem cool muss ich sagen meistens dass es jetzt im rage mode gibt das ist halt schon ziemlich cool leider spielen extrem wenige drauf auf dem server ist geil was auf mainz ist eigentlich auch ziemlich cool geworden wert was ist nun immer noch dieser spielmodus was mich immer noch am meisten hypt und jump liegt natürlich auch also weiß einfach die sprünge auf diesem server einfach machbar sind nicht wie auf gomme oder so ja auf jeden fall leute das war's und dann würde ich sagen haut rein und lasst gerne abo da und joint auf jeden fall gerne auf mainz.net dies das ananas und dann würde ich sagen das war's und dann tschau